Der FC Bayern hat heute zwar nicht geglänzt, aber immerhin souverän gegen Bochum mit 3 zu 0 gewonnen. Es war aber ein hartes Stück Arbeit, gerade in der ersten Halbzeit haben sich die Bayern sehr, sehr schwer getan. Hatten nur wenige Chancen, weil die Bochumer das auch einfach gut verteidigt haben. Und es war dann Thomas Müller, der einen Fehler des Bochumer Verteidigers ausnutzte, der einen katastrophalen Rückpass zu Riemann gespielt hat. Der hat noch versucht zu retten, was zu retten ist. Müller wurstelt sich da irgendwie durch und schießt das 1 zu 0. Aber was war das bitte vom Abwehrspieler von Bochum? Er soll ihn auf die A8 schießen oder in die Tribüne, aber doch nicht zu Thomas Müller. Naja, passiert halt. 1 zu 0 war dann der Pausenstand. Und auch in der zweiten Halbzeit haben sich die Bayern sehr, sehr schwer getan. Es war dann Kingsley Coman, der mit einem sehr schönen Tor das 2 zu 0 erzielt hat. Das war gerade eingewechselt worden, auch weil Müller runter musste, auch wegen Kräfte schon, wegen PSG. Ihr wisst ja. Und ja, das war dann quasi schon die Entscheidung. Am Ende gab es dann noch einen Elfmeter, den Gnabry geschossen hat. Ein bisschen Selbstvertrauen schadet ja nicht vor Paris. Und hat das 3 zu 0 noch erzielt, sicher verwandelt. Und ja, es war zwar keine Glanzleistung, aber es reicht für drei Punkte. Drei wichtige Punkte auch in der Meisterschaft. Und ja, ich bin gespannt auf Paris und ich sehe da sehr positiv in die Zukunft. Wie fandet ihr das Spiel? Schreibt es mir in die Kommentare. Daumen nach oben da lassen, abonnieren nicht vergessen. Ansonsten würde ich sagen, hören wir uns im nächsten Video und ciao.